Für den diesjährigen Heuwey Citylauf können sich interessierte Sportler ab sofort anmelden. Der ursprünglich für 2020 geplante 14. Lauf findet auf und um das Gelände des Freizeitkomplexes Ost in Hoyerswerda statt. Am Samstag des 11. September können dann auf insgesamt drei festgelegten Strecken Läufe bis 10 Kilometer absolviert werden. Anmeldungen werden noch bis zum 8. September online über die Website des Sportclubs Hoyerswerda entgegengenommen. Die Startnummer kann dann direkt vor Ort abgeholt werden.